In schwierigen Zeiten, in denen Angst und Probleme viele von uns belasten, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Veränderungen möglich sind. Das Leben ist selten einfach und oft scheinen die Tage an uns vorbeizufliegen, während wir versuchen, unseren eigenen Weg zu finden. Jeder von uns hat die Möglichkeit, etwas Positives zu tun und an sich selbst zu arbeiten. Es erfordert Mut, den Blick nach innen zu richten und sich auf das eigene Wohl zu konzentrieren, anstatt sich mit den Sorgen anderer zu vergleichen. Positives Denken kann ein kraftvolles Werkzeug sein, das uns hilft, die Herausforderungen des Lebens zu meistern. Wenn wir uns auf das Gute fokussieren, können wir Hoffnung und Stärke finden. Denke daran, jeden Tag ist eine neue Chance. Nimm dir Zeit für dich selbst und finde Freude in den kleinen Dingen. Verwandle deine Sorgen in Möglichkeiten und genieße die Reise des Lebens. Verwandle deine Sorgen in Möglichkeiten und die Reise des Lebens.